Die Photonic 4.0, ein sehr wichtiger Partner innerhalb dieser Smart Factory, innerhalb dieses Netzwerkes, wird sich weiterentwickeln in Richtung Big Data. Big Data ist ja so ein Oberbegriff und wir werden die Data beherrschbar machen, wir werden sie analysieren und werden sie für die Ziele, die Photonic 4.0 hat, nämlich die Produktivität zu steigern, mehr Flexibilität reinzubringen, Lotgröße 1 zu realisieren, wir werden diese Daten nutzbar für jedermann machen. Vielen Dank.